Heilig ist mir die Freizeit, dass ich in der Freizeit, die mir zur Verfügung steht, Sport machen kann oder auch Freunde treffen kann und dass ich immer auch einen Ausgleich habe zum Studium. Heilig ist mir meine Familie und meine Freunde. Herr Döring, was ist Ihnen heilig? Meine Familie und die Gesundheit und das Umfeld, in dem ich arbeite, dass ich mit allem gut auskomme. Dankeschön. Gerne. Die Schöpfung und das Leben. Was ist Ihnen heilig? Mir liegt vor allem die Schöpfung am Herzen, die Natur, Bäume, für die tue ich alles. Die sind mir heilig. Herr Christiane, was ist Ihnen heilig? Wenn ich darauf antworten soll, möchte ich hinweisen auf das bekannte Lied Gloria, Tu solus sanctus. Du allein bist heilig. Gott ist heilig. Und alles, was heilig ist, hat seine Heiligkeit von ihm. Die Kirche ist heilig. Der Glaube ist heilig. Alles von ihm. Ja, es ist heilig. Ich bin heilig. Alles von ihm. Alles von ihm. Ich bin heilig. Alles von ihm.